So direkten Hass im Internet habe ich vielleicht als Literaturhaus St. Jakobi noch nicht erlebt. Wohl aber kleine digitale Shitstorms, Kritik unter der Gürtellinie. Was mir dabei immer geholfen hat und hilft, ist der Zuspruch Einzelner. Per SMS, Mail, Social Media, natürlich aber vor allem per Telefon in der persönlichen Ansprache auf dem Marktplatz oder nach einer Veranstaltung. Und je länger ich darüber nachdenke, denke ich, dass ich das viel mehr tun sollte. Menschen, die Haltung zeigen, zu unterstützen. Auf unterschiedliche Art und Weise. Eine Postkarte schreiben, eine SMS, eine E-Mail, mich per Social Media mal einschalten und ebenfalls Haltung zeigen. Es ist erstaunlich, was ein einzelner Satz eines Einzelnen ausmacht gegen so eine prübelnde Meute.